Hey, willkommen zu weiteren Folge auf meinem Kanal und ja, wie ich im letzten Video erwähnt habe, zeige ich euch heute die Lösung für die Challenge Suche zwischen einer Tankstelle, einem Fußballfeld und einem Stunt Mountainberg oder sowas an dem Dreh und ja, ich habe euch hier diesen Stern schon markiert, ihr müsst genau hier im Fliegencamp noch ein kleines Bild einblenden, falls ihr dorthin geflogen seid, ich nehme jetzt auch gerade im Hintergrund noch ein kleines Live Gameplay auf, dann müsst ihr einfach dorthin fliegen und dann seht ihr diesen Stern hier schon, ja, dann müsst ihr genau hier hinfliegen und dann habt ihr den Stern, ihr müsst nur einsammeln und dann habt ihr die Aufgabe, zu dem steht links oben Suche zwischen einer Tankstelle, einem Fußballfeld und einem Stunt Pack, dass ihr diese Aufgabe geschafft habt und ja, dann habt ihr sie geschafft und das war es eigentlich schon mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst euch ein Like, den Post weiter und den Abo der Leute, vergesst euch nicht den Kanal zu teilen Leute und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, haut rein, cheerio, bye! Outro